hmmm Hast du vielleicht geguckt wo die sind? Nö kann ich aber gleich machen Ja Will? Nö aber kann ich ja gleich machen Ja muss auch nicht Doch doch alles gut Kannst ja auch wissen Was war jetzt? Haben wir drei Stück gemacht, zwei haben wir gewonnen gell? Ja Also wenn wir den Abend mit einem 3-1 beenden dann bin ich glücklich Ja ok Glück ist gewordet übrigens in dem Bus da Weißt du wo du gesagt hast, soll ich auch immer ein Wort reinstellen? Ja aber Achtung, den Wort immer erst ab 1.20 stellen Jaja ich hab ihn ja noch nicht gestellt Äh ich kann gerade nachgucken mein App spielen irgendwie Ja die hat, die haben schon reingestellt Ok Macht der Renga eigentlich erhöhten Schaden wenn er aus dem Gebüsch springt oder springt er halt nur zusätzlich? Ne er kriegt dann halt noch einen Stack auf seine passive Ah Das heißt er kann halt schnell seine Mega-Fähigkeiten einwenden Hm Egal diesmal hilft die Bot Das war ganz praktisch Vorwärm Ja Ja geil Hm Ach der hat den Ich hab den Krom mitgezogen Ich hab den Krom mitgezogen Mhm Ich hab den Krom mitgezogen Mit der Feuer gar nicht erst Ganken probieren, braucht ihr nicht Level 6 zu spüren Alles klar Fast hätte ich sie beide noch erwischt hier Nein, 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 nein Fuck Och man Kacke Ja Das war so ein sinnloser Tod, ich Idiot Wieso war ich nicht weg Okay Der hat gewartet im Fluss Ja, ich lauf trotzdem gleich mal rein Oh Oh Ui Verlass, lass, lass, lass Na Hast du den Sprung dann? Wird überhaupt Flash wahrscheinlich gleich? Ja, ich rufe... Nee Ah Hast du keinen Sprung? Nein Achso, du hast ihn gerade gewernischt Ich hab ihn Krips gehabt für diesen Weg gegen Der kommt immer weg mit nichts Pisse Sorry Guck einfach, dass du Tanki wirst und passt es Das bringt halt nicht viel Ich bin bereit Ich bin bereit Du bist Ich bin bereit Der Mafia war schief zu schlossen. Oh fuck, der macht da ziemlich viel Damage. Wie knippst du es? Weiß ich nur nicht. Oh, aber bei dem hier halt nicht. Oh Gott. Du musst noch mal ein Camp. Ja, ja. Ich dachte mit W heile ich mich hoch, aber das hat genau den Damage von dem Outer Attack weggeheilt. Ja, wie ich sagte, das war gerade ziemlich wichtig noch den Loops zu machen. Haben die den Herald gemacht? Oder ist der Drucker nicht ab? Das war's. Das war's. Das war's. Kann gut sein, dass der Rengar hochkommt, Kevin. Ah, ich hab ihn gefunden. Das war's. Scheiß Turrell Platting. Ja, Mann. Alter, der ist ja schon Level 6. Ja, hau ab, Marvin. Der ist nicht unsichtbar gemacht. Ja, ja, ich bin weg. Machen wir mal. Ach, okay. Der hat 4 Lastsits mehr. Wahrscheinlich ist er gerade aus 6 geworden. Ah, die Magana unten ist halt auch so low. Ah, ich glaube lieber Mutter, glaube ich. Hm. Ja, wenn du willst, kannst du auch. Oh, egal. Ja, das finde ich schon. Äh, auch mit. Achtung, bei mir ist er SS, also falls du lowlife bist. Ja, hier kommt der Klepp. Ja, ich bin lowlife. Ich bin richtig lowlife. Geh weg, Kevin. Lass ihn einfach. Die Annie hat auch nicht so viel. Ja, ich kann aber euch nicht alleine lassen, was sonst... Sonst wär's down gegangen. Jo, platz dich schon. Hmhm. Ah, wir haben auch 4 Stück, glaube ich, an Dings. Ein Heels gerade raus, äh, ein Flash raus. Oh, fuck, ich sterb hier ja auch. Ich bin bereit. Kevin, ich komm noch mal hoch. Nur Probleme gegen den Klett, oder wie? Hä? Nö. Na ja, und kommts grad so vor, irgendwie, sonst bist du immer der, was reindrückt und jetzt irgendwie immer nach hinten gedrückt. Und jetzt irgendwie immer nach hinten gedrückt. Ja, da kann ich drauf gehen, ich bin gleich da. Oh, kann ich drauf, 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 drauf. Oh, ja, ja, ja. Ja, sorry. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. War da Ignite oder sowas drauf? Ja, Ignite schon, aber es hat ja hunderte Jahre nicht gereicht. Ach so, okay. Ich glaube, ich hätte jetzt sonst getowered, ich weiß nicht, ob das so gut gegangen wäre. Weiß ich auch nicht, aber das ist tot. Oh. Recht. Oh, Alter, wir hätten, what the fuck, wie viel Schaden macht denn der Hohenson? Ich hätte gleich back sollen. Das ist mein Tor-Bang. Tor-Mache mehr Schaden an den Minions. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt ist das Tor-Bang. rennen, garen, rennen ich glaube wir können den nochmal holen ja also in 30 hätte ich sonst auch wieder red buff warte mal beim red buff ok der kommt in 15 lass dich halt jetzt nicht killen wenn es geht also der red buff ist in der mache also unten buch ist es halt geworden das heißt wenn du musst vielleicht hier drüber springen oder sowas keine ahnung in 10 hätte ich auch meinen smite slow wieder also 7 hätte ich er hat nicht auf dich gehen ja oder er kommt also mein smite slow hätte ich jetzt oder ja ja haee haee holy shit oh man sorry ja alles gut ich glaube der hat schon überlebt hat schon einen autotack gemacht haha ja du Okay. So, an sich könnten wir versuchen den Herald zu machen. Das könnten wir probieren. Herald. Soll da nicht gerade auch Bot ausruhen. Darf mal hin. Dauert aber. Vor allem ist es ziemlich gefährlich da oben. Naja, Heimadeng ist jetzt auch da. Soll ich mal probieren? Mal anfangen? Ich weiß halt jetzt gerade nicht, wo der Heimadeng hingelaufen ist. Wir könnten ihn auch vorher noch mal killen versuchen. Ja, okay. Dann probieren wir noch mal zu killen. Du hast ja Rapp ab, dann geh drauf. Okay. Soll ich die rein? Ja. Ja. Jetzt Dings. Ja, fängst du schon mal ganz schnell an. Ich mach nur kurz die zwei Minions hier oben. Hey Kevin, ich hab kein Leben. Ja, du müssen halt pushen. Also der killt mich. So schnell killt er dich auch nicht. Du bist fast voll. Ja, aber ich hab keinen Smite, gar nichts. Du weißt schon, dass die Jungler normalerweise Solo machen. Ja, aber nicht, wenn die nicht irgendwas abfahren. Ich hab keinen Smite. Ja, der Jungler ist totes Wurscht. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Niemals. Oh Mann. Ey. So ein Hurensohn Champion. Das ist doch so dumm eine Mechanik. Was ist denn das? Aber wir müssen halt jetzt echt aufpassen, weil der Splitpusht uns halt zu Tode. Das ist halt lächerlich. wir müssen entweder auch mal pushen oder wir verlieren das halt jämmerlich naja wo der den tauner mitgeholter haben wir drake plus 2 kills geholt ja dafür ist halt inhib offen ich würde mal behaupten nicht unbedingt werf haupt marvin haupt 3 das ist gut Gehst du drauf? Ich komm jetzt nicht mehr hinterher. Wir werden auch Stipe Baron machen, oder? Benga ist 30 Sekunden tot, wir sind alle hier rum. Ich hab zwar keinen zu meid, aber... Das ist ja normal, Marvin. Hinter euch ist Heimerdinger. Ja, wär ganz gut, wenn ihr hier helfen. Alter, ich staub dran. Ja, hier sind halt zwei Leute drumherum. Genau das meine ich immer. Nice. Oh Gott, echt. Das ist das Problem, wenn halt keiner draufhaut. Da stehe ich am Ende allein am Baron. Hm. Statt ihn einfach schnell zu finishen. Naja, schnell finishen ist halt sehr einfach gesagt, wenn halt Morgana und Heimerdinger und so was dran sind. Ja, zwei gegen fünf. Ja, aber so viel Schaden machen wir halt nicht. Die machen halt in der Zeit Schaden, wo wir auf den Baron draufkloppen. Sehr gut. Ja. 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 Oh, geil. Oh, geil. Hahaha. Hahaha Schön, Andy. Ja, wie nur bist du. Auch hier, aber hinter euch halt. Ich komme eigentlich hin. Team besprungen. Drei. 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 Egal, jetzt können wir aber zumindest mal zonar, die dürfen halt nicht nur noch mal den Inheb kriegen. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Ich sag's dir so einfach. Hast du's los, Matt? Achtung, Achtung, mit deinem Leben. Ja, ich hab doch Dings. Was war denn das für ne Ulti? Hab doch Schutzengel. 1 zu 1. Achso, das hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich hab nicht mehr dran gedacht und bin nicht gedreht. Ahnen Drache, müssen wir als nächstes gucken. Ja, ich hab halt wieder keinen Smiley. Oh, und Baron. Mami nicht da rein. Fandsmite. Oh. Das war richtig schnell. Jetzt pusht. Ja, in wo? Mitte, einfach durchpushen. Du kannst ja, wenn du willst, auch mit dem Draven den Ahnendrache machen. Kann man auch mal rückwägen machen. Ja. Ich hab die Kommi eh nicht bei. Ich pushe mal bis zum Inhibit und dann machen wir jetzt einen Ahnendrachen. Uh oh. Jetzt muss ich mal machen. Oh, ich geh mal hoch Nein Shit, ich hab mein Telepod abgebrochen Fuck, man, das hat ja schon einen Tower Oben muss man auch jemanden rauspushen, weil sonst da ist gleich das nächste Stuh Haben wir ja nicht den Andrachen bekommen. Oh, da ist Dings. Wayne ist hier. Wartet man auf die Annie? Oh. Let's finish, aber. Klappt genug Minions. Im Moment haben wir gerade gar keinen Handsing. Ja, aber der Bär kann doch tanken. Ich was? Jetzt versuch da noch ein bisschen was hinzukriegen. Die neben, da sind 15 wieder. Hast du die Defter mal im Blick? Ja, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Mann. Ja! Boom, motherfucker! Putscha! Putscha, Putscha, Putscha! Fick genug Zähne. Fick genug Zähne.